Sie waren beauftragt, die Aktion gegen die Überseebank vorzubereiten. Sie haben den Befehl nicht ausgeführt. Gehorsamsverweigerung ist gleichbedeutend mit Verrat. Auf beides steht der Tod. Lassen Sie die Frau frei. Machen Sie mit mir, was Sie wollen, aber lassen Sie die Frau frei. Sie und diese Frau werden diesen Raum lebend nicht mehr verlassen. Du Beste! Komm, um Gottes Willen! Lass mich! Großer Gott! Sie werden diesen Raum lebend nicht mehr verlassen. Es bleiben Ihnen noch drei Stunden, um zu sterben. Was ist das? Tom, was ist das? Tom, was ist das? Tom! Was es auch immer ist, Lilly. Wir müssen es finden. Finden und unschädlich machen.